Wir schreiben das Jahr 2022. Wir leben in einer fragilen Welt und vieles, was selbstverständlich war, ist es nicht mehr. Der Klimawandel und seine Folgen sind allgegenwärtig. Wir verzichten im Sinne der Nachhaltigkeit und besinnen uns auf das Wesentliche. Unsere Umwelt und unsere Gesundheit. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir verändern unser Konsumverhalten und die Gewohnheiten. Wir bei Bill Finger Life Science arbeiten dafür, allen Menschen gleichermaßen dem Zugang zu hochwertigen Medikamenten und Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Ressourcen sind endlich. Wir müssen lernen, damit umzugehen und uns anzupassen. Wir bei Bill Finger Life Science setzen auf ressourcenschonende Technologien und sind Treiber der Energiewende. Mit dem großen Ziel der CO2-Neutralität. Als erfahrener Technologiepartner gestalten wir die Transformationsprozesse unserer Kunden. Wir machen sie zukunftssicher und leisten so einen wertschöpfenden Beitrag für die Gesellschaft. Diese Nachhaltigkeit bestimmt unser Handeln. Damit unsere Kunden auch in der komplexen Welt von morgen erfolgreich sind. Dafür steht Bill Finger Life Science. Ihr Partner für Pharma, Ernährung und Umwelt.